3, 2, 2,5, 1 und los! Durch Level 1 laufe ich doch mit Leichtigkeit. Ich meine, es ist ein Supermarkt. Ich liebe einkaufen. Vorsprung war übrigens schon immer eins meiner vielen großartigen Talente. Sachen finden allerdings nicht so. Trotzdem gebe ich nicht auf und ich werde definitiv gewinnen, Leute. Ne Runde aufladen und jetzt habe ich genug Energie, um den Käpt'n zu finden. Also wo könnte er? Ich habe ihn schon. Yes! Ich wusste, dass Level 1 easy peasy wird, aber jetzt kommen wir in Level 2 und da wird das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Und was ein Fail, aber Gott sei Dank habe ich drei Leben. Jetzt heißt es eine Runde sammeln. Ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte. Bekomme ich dafür wirklich drei Punkte? Ja, anscheinend schon. Ich will nicht zu viel verraten, aber die Idee hinter dem Transportmittel ist mega gut. Die Umsetzung schwierig. Aber tun wir einfach mal so, als hätte es wirklich geklappt. Dann muss ich mir einfach nur noch selber einen Drink machen. Und ich habe gewonnen!